Von Passau aus kann man wunderbare Schiffsreisen machen, die Donau runter bis nach Budapest. Wenn das Ehepaar Tripp dieses Gewusel hier am Schiffsanleger sieht, wird es an sein eigenes Fiasko erinnert. Auch die beiden wollten eine Kreuzfahrt machen. Nicht auf der Donau, die kannten sie ja schon. Für sie sollte es weitergehen. Sie reizte der hohe Norden. Vorwegen ist ja einmalig. Die Lofoten oben da und dann die Fjorde. Ich habe dies aus einer Zeitung raus, das Prospekt, und habe zu meiner Frau gesagt, tu die Reise, mach mir. 798 Euro, so billig können wir mir da nicht auf mit dem Auto. Doch die Vorfreude auf zwölf Tage Bus- und Schiffsreise endete abrupt. Schon in Hamburg, bei der ersten Übernachtung. In Hamburg war es aus. Da war Schluss. Manfred Tripp kam mit Verdacht auf Venenthrombose ins Krankenhaus. Der Arzt verbot die Weiterfahrt. Der einzige Trost, das Ehepaar hoffte, den verpatzten Urlaub erstattet zu bekommen. Es hatte doch die Reise versichert. Die Überraschung kam, als Manfred Tripp den Schaden der Hansemerkur meldete. Und die haben dann gesagt, ich bin zwar mit einer Reiserücktrittsversicherung versichert, weil ich die Reise schon angetreten habe, bin ich nicht versichert. Also bekomme ich nichts. Wird man schon vor Reisebeginn krank, kann den Urlaub also gar nicht erst antreten, dann gibt es mit der Reiserücktrittsversicherung Geld zurück. Wird man während der Reise krank und muss deshalb den Urlaub vorzeitig beenden, braucht man eine Reiseabbruchversicherung. Und genau die hatte das Ehepaar nicht. Manfred Tripp dachte aber, er sei rundum gut versichert, als er, wie vom Reiseveranstalter empfohlen, die beigefügte Reiseversicherung abschloss. Für 50 Euro ein Schnäppchen. Das Infoblatt dazu klang überzeugend. Mit diesem günstigen Paket sind Sie bei einem eventuellen Reiserücktritt, Reisegepäckschaden oder einem Krankheitsfall optimal geschützt und können Ihren Urlaub sorgenfrei antreten. Diese letzten Zeilen war für mich wichtig. Reingefallen auf schöne Worte. Das sagt auch die Münchner Rechtsanwältin Sabine Feller, spezialisiert auf Versicherungsrecht. Das suggeriert natürlich dem Laien, ich bin bestens versichert, ich muss mir wirklich keine Gedanken machen im Krankheitsfalle. In Versicherungspaketen ist die Reiseabbruchversicherung oft, aber nicht immer enthalten. Augen auf, vor allem bei günstigen Pauschalangeboten. Bei der Nordkapfahrt hatte die Versicherung auf Wunsch des Reiseveranstalters Trendtours den Reiseabbruch rausgelassen, das war preiswerter. Die Trips hätten jederzeit in irgendeinem Reisebüro oder im Internet diese Versicherung dazu buchen können. Aber darauf hingewiesen hat Trendtours im Infoblatt nicht. Auf die Reiserücktrittversicherung muss hingewiesen werden, aber der BGH hat ausdrücklich vor einigen Jahren entschieden, auf die Reiseabbruchversicherung brauche ich als Reiseveranstalter oder Reisebüro nicht hinzuweisen. Und der Grund liegt wohl darin, dass deutlich seltener während der Reise also ein Abbruch etwas passiert als bei der Reiserücktrittsversicherung, wo ja Monate Zwischenbuchung und Antritt der Reise liegen können. Eine Reiseabbruchversicherung ist sinnvoll bei einem besonderen Risiko. Teure und lange Reisen, wenn eine Familie mit Kindern in Urlaub fährt oder auch für ältere Menschen. Unfälle und auch unerwartete schwere Krankheiten während der Reise sind damit abgesichert. Ich würde empfehlen, gerade wenn man vielleicht mit dem Internet nicht so vertraut ist, zum Beispiel bei älteren Herrschaften wie hier den Trips, doch konkret im Reisebüro nachzufragen, sich auch im Paket zusammenstellen zu lassen, es nicht selber zu machen und dann unter Umständen auch zu Hause nochmal zu prüfen, habe ich jetzt nun wirklich das, wofür ich glaube, versichert sein zu müssen, mit eingebaut. Manfred und Anna Tripp haben fast 2000 Euro verloren. Trotzdem wollen sie wieder auf Reisen gehen. Dieses Mal haben sie im Gepäck eine Reiserücktrittsversicherung und eine Reiseabbruchversicherung. Ihr Ziel sind wieder die Lofoten und das Nordkap, aber diesmal mit einem anderen Reiseveranstalter.